Jo Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Versuche-nicht-zu-lachen-Challenge hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute legendäres Special. Wir haben es einfach erst 15 Uhr. Was ist denn da los? Alter, wow. Normalerweise nehmen wir immer erst um 0 Uhr oder so auf. Doch, nein. Heute nicht. Fangen wir anderen, oder? Ja, ich wollte nur sagen, ich freue mich, dass mein Schwiegersohn so erfolgreich auf YouTube ist. Junge, halt. Lukas, du bist es. Freunde, irgendwas hat Daniel vor mit meiner Mom. Ich weiß es noch nicht. Aber ich sage dir eins. Wenn du meine Mutter da reinziehst, dann schluss und los. Ich sage es dir wie süß, Digga. Dann ist es vorbei. Junge, was, wenn ich was Schönes machen will für Sie? Aber, Freunde, im letzten Video hat noch jemand kommentiert. Und zwar werde ich ab jetzt immer jemanden grüßen. Und zwar, letztes Video hat gewonnen. Schöne Grüße, ich bin raus an der Vio. Noch nie gehört, ne? Aber gut. Daniel, du vielleicht. Wir schlangen rein. Let's go. Oha. Oh, einfach du. Den Taser in der Hand gehabt. Alter. Bruder, er fuhr, wir Pommes zu klauen, aber klappt nicht. Der hat das genommen im Verhecken. Moment, gestoppt. Digga, wie der da so rupt. Aber jetzt re-talk. Nicht lachen, wirklich. Nicht lachen. Verstanden? Okay. Let's go. Sollen wir mit Bart-Up machen? Ja. Jetzt echt? Willst du wirklich machen? Okay. Lachen. Oh nein. Let's go. War ein guter Clip, oder? Ja, war super. Klasse. Kurze Folge, was macht der da? Oh mein Gott. Er hat die Farbe gemixt. Die hat das Bild leider leicht verfehlt. Wie geht's dir, Lukas? Was? Geht's dir gut? Denkst du, die war besoffen? Ganz normaler Alltag bei ihr. Okay, ganz kurze Ansage. In den nächsten Folgen machen wir nicht lachen, aber auch, wer schon schmunzelt in der Kamera hat verloren, okay? Okay. Jetzt die Folge ist, man muss laut lachen. Du willst dein Bart richtig abhaben. Nein, ich werde mein Bart, ich werde es nicht machen, aber jetzt die Folge ist mit laut lachen. Gut. Oha, der ganze Star. Ich wünsch den. Bruder. Alles klar. Kenn ich schon. Geht so. Aha. Wie sich das anhört. Oh, da bin ich. Du, das bist du. Das bin ich. Digga, in welcher Welt. Guck mal, das Ding ist. Ich darf, wenn so unlustige Clips kommen, ich darf nicht vergessen, dass es um Bart geht. Ich wette, irgendwann scheppert mich ein Clip wieder raus. Deswegen. Ja, den habe ich schon gesehen. Das ist ein richtig cooler Clip. Das Kind im Bauch. Junge, du hast gelacht. Ich sag das Kind im Bauch. Das Kind im Bauch. Nee, nee, das war ein Lachen. Nicht Lachen. Dazu schießt du. Und weg ist er. Kannst du deine Fresse halten, bitte? Nicht reden. Oh Digga, der will duschen gehen. Digga, wie geht das? Wow. Das ist ein von Hund? Was ist denn? Wie geht's? Wie geht's? Ich bin gut. Wie geht's? Du hast versucht, zu fallen? Ich bin super. Ich bin super. Warum? Weilst du es? Nein. Schöner Hund Alles gut? Ein nettes Tier Ja Er versucht sich zu tarnen Hallo? Hast du den Clip gesehen? Ja Achte drauf Nice shot, dumbass Merciin Junge Der macht Bankdrücken mit dem Sessel Mach ich auch öfters Mach ich auch öfters Der Wies an dem Bruder Warum hat der Travelling Piano Muss man nicht verstehen glaube ich Als ob Der braucht noch drei Jahre Ja du hast gelacht Ich hast Nein, 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 nein Digga Got a new shower set Endlich eine neue Dusche Und jetzt Pass auf mein Freund Alte Dusche First I gotta be moved Das sind ja zum einschlafen die Clips Digga Hä? Was ist das? Kannst du Chips reinlegen auch Ah, da dachte er ist noch fit Oh, unvernetzt Digga, also verschiedene Tactics die Treppe hochzugehen Jo Jo Ich weiß was passiert Hm Lustig Da ist nichts lustig dran War heute überhaupt schon ein Clip dabei wo du fast lachen musstest? Ne Warum nicht? Scheiß nicht Digga, ab jetzt Freunde, die Bart Challenge nehmen wir um 11 Uhr abends auf Ja komm, lass ab jetzt wieder normal Sicher? Weil ich glaube wir müssen abends ab 23 Uhr das aufnehmen Die Bart Challenge Ok ok ok, real tough wir machen das Da lachen wir über jede Scheiße Das Ding ist Freund, ihr seht schon Ich hab wirklich richtig Bart bekommen ne Ich trim den halt immer Junge, wie ein Juck Stellt euch mal Danergy vor ohne Bart Junge, dein Doppelkind Bruder Boah das wird richtig geil Digga Das wird so cool Du willst es machen? Du musst es machen Digga Wenn du verlierst musst du es machen Let's go Du kannst sogar ein Video dazu auf Youtube machen Ich reagiere sogar drauf Gar kein Problem Ab jetzt wieder normal ne? Ab jetzt wieder normal Ok, danke Wirklich normal Ja Hat der gefurzt? Ne Ja 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 Digga, was ist Ey, eben ein paar Klims waren schon hart ne? Sag ich dir ehrlich Ja, wir wissen alle was passiert Ich werd die Tüte wiegt so 10 Tonnen und er fällt jetzt Wow Junge Nein Hey, was ist das? Wie geht das? Wie geht das? Geil? Ja Wow Junge Was ist das für ein süßes Ding? Ich will das aufhaben Geil Boah Digga Wie viel muss ich dir zahlen, damit ich dir so die Haare schneiden darf? Hauptschnitt Alter Sieht doch wild aus Ja Ja Digga So that was a tough loss Oh, hallo How do you feel after that? How the fuck you think I f- Warum ist Snoop Dogg so unfreundlich Digga? Voll das schöne Mitscher What the fuck you want man? Er tut so als wäre blind Digga Hau dir mal rein Komm Shit Oh shit Yo Oho Oho Oha Digga Hä? Was? Da stand Motherfucker used the wrong emote Wenn ihr in Fortnite auszusehenes falsch ausseht Guck Habe ich doch nicht gesehen, dass ich das gemacht habe Jetzt guck Doch dieser Blick Wo er so in die Kamera guckt Ist ja sein Ja, das war ja der falsche Emote Guck Was ist das Sound von einer Hand zu klappen? Ich weiß nicht, was ist das Sound von einer Hand zu klappen? Ich weiß nicht, was ist das Sound von einer Hand zu klappen? Oho Oho Ich glaub der hat ausmog Oho 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 Alter Alter, what the fuck? Warte Oho 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 What? What the fuck? Fuck? Jackson, you swore! Ohh, I lied I was just a bunny trying to get home I'm fast, I'm so fast Aaaaah wherever Take one step on that rope and I'll cut it Okay Ist das ein Vogel? Ich brauche ein Eick. Äh! Er hat so Dizel. Hey Siri. Ähm. I failed my final exams. Er hat seine Abschlussprüfung verkackt. Siri, kannst du meinen Witz erzählen, damit ich wieder gut gelohnt bin? What's the difference between you and your grandma? What? Oh mein Gott. Alter, what the fuck. Digga. Als ob Siri so was raushaut. What the fuck. Alter, what the fuck. Der ist so böse, dass er wieder... Er ist nicht witzig. Ich... Nein, nein. Eieieiei. Okay, komm. Zwei, drei Clips noch. Chillig. Hä? Hä? Hey, Bro. Can you tell me about keys? Oh yeah, one sec. Bro, that's a fucking bullet. I said my keys. Oh shit, my bad. My bad. Oh no... Oh no. Oh no... Oh no... Oh no... Oh no... Wow, Junge. Kurze Respektschelle bekommen. Das ist ein neues Haus! Das ist dein Haus? Vollgeist! Zwei Clips noch! Ja, er kackt auf die Matratze! Letzter Clip Oh, in Rasen! Letzter Clip! Oh nein! Oh nein! Hahaha! Die denkt sich Digger beiseite jetzt! Oh shit! Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für die Video! Wenn's euch gefallen hat, daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal! Wir sehen's morgen bei nächstem Video! Checkt auf jeden Fall den Song für seine Mutter aus, der jetzt schon längst online ist! Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du einen Song an meine Mutter machst, es geht zu weit! Der ist schon längst online, Freunde! Die will nicht in der Öffentlichkeit sein! Link in der Beschreibung! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!